Ja, es ist kurz vor acht am Mittwochmorgen und wir sind auf dem Weg an die polnische Grenze, denn dort soll es heute eine Übung von deutschen und polnischen Polizisten geben. Worum es sich genau dabei handelt oder was genau bei dieser Übung passiert, wissen wir nicht, denn auch wir sind Teil dieser Übung. Nur so viel, es soll sich um eine Geiselnahme handeln. Also zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass es um 7.05 Uhr einen Notruf gegeben hat in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Einen Hinweisgeber haben berichtet, dass es vor einer regionalen Schule in Ribnitz-Dammgarten zwei Kinder gegeben hat, die in einen SIDA-farbenen Transporter gezerrt sein sollen und ebenfalls eine Frau. Ja, wir sind jetzt nicht in eine Polizeisperre gekommen, sondern sind direkt auf diesen Parkplatz hier gefahren. Diese Sperre soll sich wohl im Wald öffnen und da sollen wir dann jetzt nachher hingebracht werden und wir können auch nicht mit unseren eigenen Fahrzeugen fahren, sondern wir werden von der Polizei in Streifenwagen mitgenommen. Wieder anders als gedacht fahren wir jetzt wohl doch nicht mit dem Polizeiwagen mit, sondern fahren selbst irgendwo hin. Wo genau, wissen wir auch noch nicht. Es geht wohl, glaube ich, zu der ersten Stelle, wo ein erster Einsatz oder sowas stattfinden soll. Ja, mal schauen. Wir müssen uns jetzt mal dran sein. Ja, ich glaube, wir müssen hier rechts ran jetzt. Und ja, da sieht man es ja schon im Wald, überall Polizei. Ich steige mal raus. Ich habe ja gerade die Dame gesehen, die eingestiegen ist, was da los ist, also was ist passiert hier vermutlich. Es könnte sich dabei natürlich um die Frau handeln, die zuvor entführt wurde, mit dem kleinen Kind. Gegenwärtig wissen wir nicht, wo sich die anderen Personen, die vorher in dem Fahrzeug waren, sich aufhalten oder wohin sie geflüchtet sind. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund schon Polizeihubschrauber gehört, also es wird auch aus der Luft jetzt geschaut, weil die Täter müssen sich irgendwo hier in dieses Waldstück begeben haben und wir sollen jetzt erstmal hierbleiben, werden jetzt erstmal hier gebündelt und müssen dann schauen, jetzt ist gerade auch die Bundespolizei zusammen mit polnischen Kollegen eingetroffen. Also jetzt rücken hinter uns massiv Polizeikräfte ein und wir kriegen jetzt einen aktuellen Stand zu hören von der Pressesprecherin. Das sind Fahndungskräfte, die sich gleich hier in das Waldgebiet begeben, da wir zwei flüchtige Täter in das Waldgebiet haben. Gegenwärtig hier vor Ort haben wir das verunfallte Fahrzeug angetroffen, es war eine weibliche Person und das Kleinkind im Fahrzeug. Hierzu wird gleich noch ein Rettungswagen kommen, ich kann zur Verletzung oder Ähnlichem noch keine Angaben machen. Da geht es um die Zusammenarbeit, es war hier eine Übung der Zusammenarbeit der polnischen und deutschen Polizei. Wie sieht die Zusammenarbeit im Moment aus, weil momentan sich hier nun deutsche Kräfte, was läuft im Hintergrund? Also wir haben natürlich auch polnische Kollegen angefordert für diesen Einsatz. Jetzt können Sie aber gewiss sein, dass wir auch auf der, beziehungsweise hinter der Grenze schon Kräfte aufbauen, sag ich mal, im Kräftepool. Sie sehen jetzt hier zwar keine, aber die sind vielleicht auch ein Stück weiter dichter an die Grenze sortiert, statt hier, wo jetzt der Unfallort war. Man kennt das ja aus dem Film aus Amerika, der Geflüchtete rennt über die Grenze, die Polizei bleibt stehen und sagt, oh, hier darf ich nicht weiter. Wie sieht es denn in der Realität in Deutschland aus? Es gibt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen ein sogenanntes Abkommen über die grenzüberschreitende Nacheile. Dieses Abkommen besagt, dass wenn man Straftaten feststellt, die auslieferungsfähig sind, und das sind in Deutschland fast alle Straftaten, darf man die Grenze überschreiten mit einer reinen nationalen Streife. Wir fahren jetzt an die polnische Grenze und gucken uns da die nächste Situation an, wie es da aussieht. Direkt an der polnischen Grenze sind jetzt gerade hier die vier Pferde vorbeigekommen, die jetzt hier die Grenze kontrollieren scheinbar. Und jetzt genau in diesem Moment rücken auch die ersten polnischen Beamte an, die sich jetzt mit den deutschen Beamten treffen, um abzusprechen, was jetzt passiert. Wenn ich bekomme eine Information von uns, dann kann man es so machen. Alles klar. Soll ich mich gleich oben? Okay. Ja? Ja, also wir haben jetzt gerade gesehen, dass die deutsche Polizei sich mit der polnischen Polizei vernetzt hat. Wir haben jetzt Funkstrecken rausgetauscht, sodass jetzt ein Austausch mit Informationen stattfindet. Auch die polnischen Medienvertreter sind mittlerweile hier an der deutschen Grenze reingetroffen. Und die Polen haben auf ihrer Seite eine Drohne im Einsatz, weswegen jetzt eben die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei das nochmal kurz mit den polnischen Kollegen abgeklärt haben. Wegen der Flughöhe der Drohne während des deutschen Polizeihubschraubers. Und ja, wir haben noch keine neuen Erkenntnissen, was die Entwicklung angeht. Aber der Täter soll wohl in Richtung Polen geflüchtet sein. Ich würde sagen, wir schnappen uns nochmal eine Pressesprecherin und fragen mal, was denn jetzt passiert. Zum ersten Mal, das ist eben auch großer, wichtiger Bestandteil dieser Übung, zum ersten Mal wird es so sein, dass die polnische Polizei der deutschen Polizei unterstellt sein kann. Und andersrum auch die deutschen Polizisten der polnischen Polizei, also auch Befehle in Empfang nehmen kann. Und das ist eben ein sehr wichtiger Punkt, weil in einer Echtlage das auch wichtig ist, dass eben die Ermittlungen nicht an einer Grenze, an einer Landesgrenze, an einer Staatengrenze Halt machen müssen. Ja, vom Grenzübergang fahren wir jetzt weiter auf die polnische Seite oder wir sind auf der polnischen Seite. Und hier soll dann jetzt gleich die Übung zu ihrem Ende kommen. Das heißt, wir sprechen vor der gemeinsamen Einsatz. Okay, super. Vielen Dank. Ja, ich habe doch noch ein bisschen. Also jetzt bewegt sich einiges, also ich glaube, jetzt gleich passiert der Zugriff. Der erste Täter ist festgenommen. Das Kind ist gefunden und in Sicherheit von uns und von unseren Kräften genommen. Also der ist jetzt sicher zu Hause. Und der letzte Täter ist auch lokalisiert in einem Waldstück, dort von unserer Bereitschaftspolizei. Ja, damit scheint diese Übung beendet zu sein. Der letzte Täter ist auch noch ein paar indeums auf www.bans.net.